Man muss die Autos immer mehr sehen als Kunstwerke und dementsprechend ist einfach auch wichtig, dass das Auto, was man hat und was man kaufen will, qualitativ sehr hochwertig ist, dass es eine gute originale Substanz hat, eine gute Geschichte hat und wenn restauriert, eine gute Restaurierung. Das ist das Auto von der Sophia Loren. Ein 300 SL an sich ist ja natürlich schon eine tolle Geschichte und unter einer Million kaum zu kriegen. Wenn dann aber noch so etwas dazukommt, so eine Story, was würdest du sagen, wie viel prozentual macht das dann nochmal aus am Wert? Das kann dann schon das Doppel- oder das Dreifache sein. Wir verfügen ein internationales Netzwerk, Auktionen, Gutachter, Händler führen wir zusammen und so versuchen wir einfach die beste Lösung mit dem Kunden und für den Kunden zu erarbeiten. GEREN Vielen Dank.